Das war's für heute. Das Erstrebste, was du bisher erlebt hast, ist nichts gegen das, was dir im Letztenes vorschlägt wird. Juche, die unbegehend Kraft dieses Stahlmonsters, eines Monsters in der Art. Du wirst völlig die Orientierung verleihen. Ich werde in der Lage sein zu unterscheiden, ob du auf dem Kopf stehst oder auf dem Boden. Die erfolgt die Maltinut in deinem Gehalt ab. Diese Maschine wird dir an all deine Mut abverlangen. Dein Herz wird rasend. Ein Herz wird für die Eis durch all deine Arme beziehen. Der Kreis wird dich auf dem Bild. Das Gleiche ist wahrlich, wenn sie ausdrücklich von dem Gebet fest wird. Aber wir sind für Sie, die Hayter Grund. Das war's für heute. Super, 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 super. Das ist so schön. Wir haben doch immer kurz vorüber, wenn wir nicht sagen, oder? Ja, das ist ja so schön. Das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Das ist ja so schön. Das war's für heute. Zwang, 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 zwang! So, das war's. Ende Gelände. Oh, das war's. So, alles klar. Sie beöffnet sich automatisch nach oben. Auf Wiedersehen. Sch вет sub sie. So, eine Schwerlebe. Auf Wiedersehen. plusinch. Schwerlebe. Oh, nein. Dann los starte. what voices jeillar. Und da ist dein Ernst B. Vielen Dank.